... ... ... ... ... Pégalo, pégalo ... Es ist eine sehr, 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 sehr. Schau mal, die Treppen stoßen, so viele Bäume, die sehen so klein aus. Ja, da waren wir, das ist doch noch das X, da hast du mit dem Papa geklappt am Rennen, ich hoffe, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist ein schöner Ausflug heute, kannst du auch mal da rausgucken. Ja, da waren wir, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön. Ja, da waren wir, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön. Ja, da waren wir, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön, das ist doch schön. Ich glaube, die ist weiter rechts, die ist viel weiter rechts, da sind so drei Gipfel kreuzig, die sind ganz rechts, die müsste das da eigentlich sein. Wir sehen ja nicht mal, wo die Alpsee liegt, die Alpsee liegt direkt darunter. Halt dich fest! Es ist da hinten. Guck mal, da ist ein Bagger. Guck mal, da unten. Siehst du das? Es ist das. Oder ist das der Riesersee? Wo ist der Bagger? Und die Kühe, da sind ganz viele Kühe. Das ist ja auch so. Es ist das. Wei, wie die Pferde. Wie auch der Wand war. Oder rutschen, ne? Wir haben nur Videos. Genieß die Aussicht. Dann lässt sich gar nicht richtig selber mit. Die erste Mal später machen. Schau mal rein, da sind wir schon, bitte. Sieht noch ganz klein aus von hier oben. Nein, wir lassen den Hut an, hier ist die Sonne. Wir lassen den Hut an, okay? Ah, die sind meine Lieder, ich ja. Einen Kuss? Alles zu spannend. Oh, schickst du der Marzakusseh? Schickst du der Marzakusseh? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.